Scheiben zerschmettern ist nicht kostenlos. Wollt ihr den Ball, müsst ihr die Schulden abarbeiten. Liefert das hier vor Sonnenuntergang an Rippy. Er ist in der Fliegenfalle. Wir können nicht zur Fliegenfalle! Rippy und Quark werden uns töten! Ich weiß, wie sie drauf sind. Keine Sorge, ich hab genau das Richtige. Oh, Verkleidungen! Du, du bist Peter. Peter, der Lieferjunge. Das ist alles? Ich bin nur ein Lieferjunge? Du bist Augenklappenpiet, Auftragsmörder. Wow, hast du das gehört? Ich bin ein Auftragsmörder-Potti. Hey, Schwarte, Schwarte, hey, hey, Schwarte! Wer soll ich sein, Schwarte, Schwarte? Hey, hey, wer soll ich sein, hä? Und du bist Biff McIntosh, ein... ...Hanfwerker. Und? Und du bist natürlich auch ein Auftragsmörder. Das wollte ich hören. Oh, ich will auch jemand sein. Komm schon, Schwarte, wer bin ich? Schwarte, bitte, Schwarte! Witz mir, wer ich bin! Schwarte, bitte, Schwarte! Sag mir, Baby! Du bist Tallulah Piccolo. Oh, Junge! Bin ich... Bin ich dann vielleicht auch ein Auftragsmörder? Nein! Du bist eine abgewrackte Tänzerin.